so müssen wir doch dafür eine granate verwenden ich wollte eigentlich hier mal so eine waffe upgraden kaufen wir uns mal die und sobald ich kann wenn ich diese waffe upgraden machen wir dann auch mal ansonsten ja so haben wir den aus erlegt so die der noch mal schafft augen ja oh und halber aha Okay. So. Geht's dann. Nee, da geht's irgendwie nicht lang. Oh, muss ich noch eine verdammte Granate einkaufen hier? Ist doch nicht wahr. Hallo? So. Bitte? Wie jetzt? Muss ich? Ist das doch gar nicht lang, oder was? Muss ich letztendlich doch hier nach unten? Hä? Jetzt raff ich grad gar nichts mehr? Hallo? Mann! Immer noch einer! Immer noch einer! Immer noch einer! Und da einer! Und wo müssen wir jetzt hin? Ich hab grad etwas überfragt. So. Back mit dir! Willkommen! So. Ich hab grad keinen Plan, wo wir hin sollen. Hä? Ja, äh... Ja, äh... Sollen wir doch hier landen, oder was? Von da kam er doch! Okay. Ich mein, von da kam er... Ich mein, von da kam er. Ja, ich hab' ich grad keinen Plan, wo wir hin sollen. Ja, aber ich kann keinen Plan, wo wir hin sollen. So, das Level 2 ist hier jetzt. Ja, schick, schick, schick. Aber ich hab' trotzdem keine Ahnung, wo wir landen müssen. Oh, ich bin fast besiegt. Das ist natürlich toll. So. Ähm... Oh! Das ist doch echt nicht wahr! Hallo? Warum springst du denn nicht? Volle Depp! Ach, wo sollen wir jetzt lang? Stehen jetzt hier oben? Hier, hier fehlen irgendwie noch paar... Sprungdinger, dass man da so... Äh... Drauf springen. Bitte. Moment mal. Kann man hier irgendwie... ...unziehbare Plattformen? Oder so? Na komm! Ne. Na, so... Leute, aber ich hab' das hier gerade irgendwie nicht. Wo geht's lang? doch ich hab kein plan ich weiß echt wo wir jetzt so lang soll ich muss da oben aber ich komme nicht nach oben und da komme ich nur nach links ja toll erst wo wir herausgefunden haben wo es lang geht ne verreck ich noch mal ne runde die waffe ist tatsächlich noch auf level 2 very nice ich habe das nicht vorher gescheckt ich habe es nicht ich weiß nicht schick spiele nicht wo man von links nach rechts kann von rechts nach links weil normalerweise so die typischen 2d spiele wäre so von links nach rechts gut ist hier sind wir ganz anders hier kann man beide richtungen und da gleich wieder dauern wäre toll wo direkt 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 so sekunde ich muss mal eben mir so ein kind kaufen wo ja will ich dir wieder rausschubsen hier aber sieht nicht gut aus und ich sag es noch es sieht nicht gut aus gut starten wir nochmal so 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 geht auch machen wir gleich so da ist doch was gut dann wollen wir weiter hier upf au so nein noohohohoi wie komme ich da jetzt hoch so wunderbar ich sollte mal mehr ausweichen das tut der gesundheit gut das ausweichen also upf so nein 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 ah okay neuerne ähm so komm blitzi 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 zack so nun aber blitzi blitzi oder auch nicht meine b blitzi 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 wuuh das war knapp so jetzt los ah Dreckswind hier so so ähm 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 komm da hängen wir nicht rein k k k k blau ähm komm zack und weiter hier bis hier in lofts wunderbar ähm 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 weiß echt nicht kein plan ich bin echt überfracht und noch mal der runde weil es so schön war ja komm was hab ich denn von der waffe hauptstock plattefahrt schon auch für hier ich weiß nicht wie ich da durchkomme ah du da war ah zack auch noch du erst recht so ja wunderbar geht doch so und hier noch mal ne kleine pause so